In der Altersklasse kann man sagen, einmal Ü45 und einmal Ü50. Das heißt also, man muss nicht aufhören mit 30, 35, wenn man verheiratet ist, Kinder aufhören mit Sport. Nein, das kann man sogar weitermachen. Wir begrüßen mit dir bei unserem sogenannten Profibet-Boxen, zuallererst die Dauerwege Thomas Rahade. Und sein Gegner in diesem Prestigestreinigen Kampf für die Kollege Bran Beckmann. Die Dauerwege Thomas Rahade und die Dauerwege Thomas Rahade nach rechts, nach rechts, Thomas nach rechts bewegen. Nach rechts in der Mitte, Thomas. Einschreien, einschreien, einschreien. Rechts vor mir noch weiter. Rechts noch mal, eins, zwei. Noch mal. Gut, tschüss. Gut, tschüss. Gut, tschüss. Gut, tschüss. Und kopf. Die Linke wieder zurück im Kopf. Die Linke nicht vorne laufen. Lass die Linke auch vor 여기는. Hände mehr. Nicht meine Hände vor! 20! Nicht meine Hände vor! Lässt die Decke! Noch mal! Noch mal! Das Decke hoch, Kinn und... Decke hoch, Kinn und... 10 noch! 10 noch! Was war's denn? Was war's denn? Was war's denn? Das hasst ich noch! Applaus Box! Schmerz! So, und hier das Ergebnis. Sieger durch TKO in der 2. Runde. Die rote Gefang Beckmann. Hau auf den Richtsammeltermann. Ein Riesenmaus. Auf den Weg, die Jungteile. So, meine Damen und Herren, das war der zweite.